Bist du bereit für dein Meeting? Ja. Hau sie alle um. Hörst du? Ich rufe dich später zurück. Weißt du, was ich jetzt will? Ich will dir den Pyjama ausziehen und dich. Wieso bist du nicht bei der Arbeit, George? Oh, also das. Tja, ich wurde gefeuert. Wir ziehen so schnell es geht nach New York zurück, aber mein Bruder hat mir einen Job in Atlanta angeboten und da sind wir jetzt am besten aufgehoben. Ah, da ist ja mein obdachloser Bruder. Wo ist denn dein Pappkarton? Und Linda, mein Gott, du siehst ratten scharf aus. Rick, ich glaube, du bringst gerade alle in Verliebenheit. Die wissen doch, wie ich das meine. Hier, übertrag die Daten im Computer. Ich soll die Daten hier abtippen? Stellst du mich in Frage? Stell mich nicht in Frage. Ist das dein Ernst? Ob das mein? Du bist gefeuert. Und wieder eingestellt, betrachte das als Warnschuss. Lass uns hier wieder verschwinden. Okay, ich muss jetzt echt raus aus diesem Wagen. Elysium Bed & Breakfast. Sucht ihr nach der Pension? Noch eine halbe Meile, könnt ihr nicht verfehlen. Abhauen? Ja. Oh mein Gott, der verfolgt uns. Er will sich einen Anzug aus unserer Haut machen. Alles klar, Leute? Wir kümmern uns um euch. Ich bin übrigens Rain. Ich bin nur der sehr erfreut. Deinen Penis haben wir schon kennengelernt. Frischee! Die leben alle hier. Ich glaube, das ist eine Kommune. Wir bevorzugen die Sinnungsgemeinschaft. Wir sind kein Haufen Hippies, die rumsitzen und Gitarre spielen. Schließ deine Finger um den Ansatz und dann reib den Schaft bis zur Spitze. Und jetzt leck die Spitze. Drück die Spitze, drück die Spitze. Willkommen in der Elysium-Gesellschaft! Wir unterschreiben ja nichts. Geben wir das auch einen Monat. Zwei Wochen. Oh, George, ich mag dich. Ich mag dich auch, Eva. Wir sollten mal Liebe zusammen machen. Was, denkst du, würde Linda davon halten? Ich finde es unglaublich hier. Ich habe das Gefühl, ich wäre endlich Teil von etwas, das authentisch ist. Was ist denn das? Ayahuasca-Tee. Riecht wie Katzenpisse. Er enthält halluzinogene Inhaltsstoffe. Ich kann fliegen! Du kannst nicht fliegen! Ich habe das Gefühl, ich kann fliegen! Das hast du schon mal gedacht, als du zu viel Red Bull-Intus hattest. Aber da standst du nur auf einer Theke. Wanderlust, der Trip ihres Lebens. Erzähl uns deine Lebensgeschichte. Könnten wir vielleicht etwas später darüber reden? Lass dir Zeit. Erzähl uns deine Lebensgeschichte. Erzähl uns deine Lebensgeschichte.